Seid mir grüßt Minecraft Freunde, hier ist wieder mal der Marcel. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Minecraft Video mit Minecraft der OneBlockMap. Es geht weiter mit der zweiten Folge jetzt. Erstmal vielen lieben Dank für eure netten Kommentare. Ihr seht, unsere Welt wächst schon vorher, was so diese eine Block, die jetzt unten grau ist. Ich wechsle mal die Ansicht. So, der eine Block war es vorher, nur jetzt haben wir schon hier vier kleine Plattformen. Oh, da ist ein Baum gewachsen. Hier haben wir Tiere, hier haben wir unsere Felder und hier unsere Baumplantage. So, wir wollten auf jeden Fall eine Karotte pflanzen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für eure netten Kommentare. Ich sehe, ihr seid genauso gehypt wie ich und das freut mich natürlich. Ich habe richtig mega Bock auf das Projekt im Moment und deswegen denke ich mir, könnten wir hier auch planen, zwei Folgen pro Woche zu machen. Wäre jetzt so mein Plan, sprich immer mittwochs und samstags. Ob ich das so beihalten kann, weiß ich genau, aber wir können mal gucken, wie es läuft. So, da hatte der Wishmo angemerkt, dass da hinten ein Problem besteht, dass die Melonen bzw. der Kür sich wachsen kann. Das werden wir natürlich auf der Stelle beheben. Da hat er natürlich vollkommen recht, da habe ich gar nicht, ich weiß nicht, ob ich daran gedacht habe, aber ob ich die Zeit nicht mehr länger überziehen wollte. Weil die Folge war halt echt lang. Ich versuche die Folge so zwischen 20-30 Minuten, denke ich mal, einzupendeln. Ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, wie die Länge für euch so ist, was für euch die optimale Länge für so eine Folge ist. Vielleicht sagt ihr auch, ja, eine Stunde oder ja, nur fünf Minuten wären cool. Quasi ein kleiner Quickie. So, mehr haben wir nicht im Moment. Ui. Und da ist noch dieser blöde Baum, ist das? Ah, da fehlen noch Slabs. Ich habe keine Slabs. Okay. No risk, no fun. Aber wir können einfach jetzt hier die Blocks nehmen und dann erstmal Slabs bauen und dann weitermachen. Das ist eine gute Idee. Geschickt überlegt, würde ich sagen. So, wir werden natürlich hauptsächlich heute weiter das Land erweitern und natürlich den Block bearbeiten. Dafür habe ich die Spitze gemacht. Denn das ist ein Steinblock, unser erstes Mal ein Stein in dieser Welt. Und ich bin gespannt, was da noch so rauskommt. Ob da auch Mobs rauskommen können, ist die Frage oder andere Sachen. Ich weiß es nicht. Ich bin echt, äh... Ich bin gespannt, sag ich mal. So. Den Outtack bin ich ja vielleicht mal noch schuldig. Den werde ich als extra Video hochladen. Den einen Outtack, wo ich in meiner dritten Aufnahme gestorben bin. Und das war einfach legendär. Also wie gesagt, das werde ich demnächst... Ein Höhengeräusch hier. Als extra Video hochladen, dann könnt ihr das natürlich auch genießen. Okay, das war ein seltsames Geräusch. Warum kam das jetzt? Angst. Spiel nicht mit meinem Nervenspiel. Ich lasse dich decayen, da muss ich nichts machen. Jetzt haben die noch Platz gefallen da runter und dürften nicht nach unten fallen. Also nicht nach ganz unten. Ähm... The Eimer. Packen wir mal da rein, dass er nicht wegkommt. Alles andere behalten wir mal eine Hand. Und ich würde sagen, let's go. Ein bisschen den Block mal schnätzeln. Oh, das ist ein... Oh, ein Setzling, kann ich direkt neu pflanzen. Das ist eine gute Idee. Stone Age, unser erster Block Stein. Das heißt, Stein Tools sind jetzt in greifbarer Nähe. Und vielleicht auch im Ofen. Mal gucken, wie viele Stein wir kriegen. Ich weiß es nicht. Soweit wie jetzt war ich quasi noch nie. Deswegen... Oh, Gravel. Sehr gespannt. Gravel wäre jetzt der Block gewesen, das Problem. Ich glaube, wenn ich da unten drunter kein... Kein Sicherheitsblock gesetzt hätte, wäre jetzt wahrscheinlich dieser Block abgestürzt und die Challenge wäre kaputt. Was ich gerne machen würde demnächst, wäre hier irgendwie alles mit Zaun absichern. Ich weiß nicht, ob hier halt Monster rauskommen können. Kohle. Kann man Kohle mit... Oh, ich weiß es nicht. Ich baue mir eine Steinhacke. Das ist mir zu risikohaft. Das ist die erste Kohle und die möchte ich natürlich nicht zerstören. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, ob man Kohle auch mit Holz abbauen kann. Das weiß ich echt nicht. Ich weiß, Eisen geht nicht. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das sieht gut aus. Viel Stein. Das heißt, wir können uns bald Richtung Eisen bewegen. Sehr nice. Ein Bett wäre auch ganz cool. Wobei ein Bett, ein Spawn brauchen wir ja... Brauchen wir ein Spawn? Wir haben unser Spawn eh oben. Oh, Eisen. Nice. Ihr seht jetzt erstmal viel Stein abbauen. Ab und zu mal ein Blick dahin werfen. Ob da irgendwas wächst. Wow. Oh, XP. Oh, so ein blöder Stein. Dieser weiße. Was ist das? Diorid? Klar, der muss auch kommen. Eis nehme ich gerne mit. Ist jetzt noch alles sehr armlos. Oh, Holz. Es gibt auch noch Holz. Hä, wie ist das Graz jetzt da eingewachsen? Wächst das diagonal? Okay. Weird. Auf jeden Fall auch vielen Dank für eure ganzen Kommentare. Das freut mich natürlich, wenn ein paar Kommentare zu lesen da sind. Finde ich richtig gut von euch auf jeden Fall. Was wollte ich bauen? Ich wollte auf jeden Fall eine Axt noch neu bauen. Machen wir die aus Stein oder machen wir die aus Holz? Ich glaube, wir machen die aus Stein, oder? Ja, wir haben jetzt 33 Cobblestones und ich glaube, es wird nicht viel weniger. Ich weiß halt nicht, inwieweit. Cobblestone können wir halt nicht selbst ausbauen, sondern wir können Lava haben. Sprich, einen Cobblestone-Generator bräuchten wir. Dafür brauchen wir Lava und... Lava und Wasser, genau. Wasser haben wir ja da. Lava haben wir nicht. Ich weiß gar nicht, verschwinden die nach einer Zeit, wenn die da rumliegen? Oder bleiben die immer da liegen? Ich weiß es auch nicht. Ich bin echt ein Minecraft-Profi. Oh. Auch nochmal Dreck. Oh, das ist kein Dreck. Das ist Andesit. Mushroom, okay. Du gehst zu den anderen Tieren. Du siehst ziemlich seltsam aus. Auch so ein Tier, was ich echt noch nie so richtig hatte. Äh, da. Eine Kuh mit Pilz. Auch echt mal Sachen, um die anzulocken. Dann muss ich nicht mal so anstrengend da rein schieben. So, Dankeschön. Äh, weiter geht's. War ich auch noch erzählen? Ich weiß es gar nicht. Genau, könnt ihr euch die Kommentare schreiben, wenn wir irgendwas bauen sollen. Also wie gesagt, ich bin ja auch nicht abgeneigt, jemanden irgendwelche kreativen Sachen zu machen. Ich stelle mir zum Beispiel vor, weiß ich nicht. Eine Monsterfalle will ich auf jeden Fall bauen. Da habe ich echt Bock drauf. Ich mag Monsterfallen generell immer sehr gerne. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, was wir machen. Oh, das ist Greville. Kohle. Was bist du? Ach, Clay. Ja. Natürlich. Was sonst? Kann man keine Kiste, ne? Voll selten. Also voll lange keine Kiste mehr. Das ist ein Zombie. Okay. Ich habe keine Waffe. Frage beantwortet. Darauf können auch Mobs spawnen. Das ist schon mal geklärt jetzt. Okay. Dann würde ich, glaube ich, ganz gerne jetzt anfangen abzusichern. Dafür würde ich Kisten gern woanders hin tun. Wo tun wir die Kisten hin? Haben wir jetzt viel Holz? Wir haben echt kein Holz bekommen mehr. Sechs Slaps. Das ist echt mega doof. Und wir haben Hunger. Hunger ist nicht so schlimm. Wir haben ja Essen. Wir haben Äpfel. Da könnte ich fliehen, ja. Ich habe echt Angst, dass ein Creeper kommt. Das wäre echt bitter. Wow, das ist anderes Holz. Das ist so Dschungelholz, oder? Okay, wir sollten jetzt mal nebeneinander tun, dass das echt echt so lange scrollen muss. Der Zombie kam echt überraschend. Ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Creeper wäre echt der schlimmste, weil der würde wahrscheinlich direkt instant explodieren wollen. Einmal einsammeln. So, Steinchen, Steinchen, Steinchen. Das ist Gravel. Binne. Uiuiuiuiui. Okay, wir sollten... Oder das ist perfekt. Da ist ein Baum, mit dem wir einfach das Letzte machen können. Wir sollten das echt absichern, weil ich habe echt Angst, dass ich mich so einen Mob darunterhaut. Und ich sollte nur gleich ein Schwert bauen. Wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich mache meinen Lagerbereich dann dazwischen den beiden, oder? Oh, 11 O-Glocks. Damit kommen wir hin. Haben wir noch ein Setzling? Haben wir. Obwohl, mit dem Bett könnte ich natürlich schlafen, ne? Boah, das wäre echt gut. Weil dann könnten wir die Nächte skippen. Das ist jetzt im Moment eh doof, weil die Bäume brauchen ja Tag zum Wachsen. Dann könnten wir die Nächte skippen. Dafür brauche ich die andere Plattform. Dann kann ich da schon mal meine Werkbank quasi aufbauen. So, schwupp. Den Rest verwahren wir erstmal. Vielleicht brauchen wir es ja noch. Da habe ich 26, 64. Viele Slaps. Okay, wieder Sneak, Sneak, Sneak. Und am besten nicht runterfallen. Machen wir da auch so ein Einzelnen hin, ja, oder? Oder machen wir da einen Dreier hin? Wie haben wir es denn überall gemacht? Dreier haben wir gemacht, ne? Habe ich versucht zu machen. Wo wir dann so ein Tor machen. Damit die Bereiche so ein bisschen abgesichert sind voneinander. Aber ich glaube, wir bauen das eh komplett zu hier, oder? Und bauen das mit Zäunen erstmal aus. Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch unschüssig, wie ich es mache. Vielleicht wären auch mehr Bäume gut. Ist das die gleiche Länge? Eins, zwei, drei. Oh. Ja, ist es. Sehr gut. Symmetrie ist eh alles bei Minecraft. Ihr kennt mich. Boah. Jetzt wird es dunkel. Das ist echt doof. Vor allem, ich glaube... Ganz hinten könnten irgendwelche Mobs spawnen eventuell. Weil ich schon weit weg bin. Wow. Das war doof. Aber nicht so schlimm. So. Also langsam seht ihr, es wird auch langsam ein bisschen gefährlich. Ein wenig. Ich bin schon auch nachher auch so Sachen wie der Wizard oder so auf den Blöcken spawnen. Das wäre echt bitter. Würde ich einfach alles kurz und klein prübeln. So. Könnten auch gucken. Wir könnten eigentlich Fackeln bauen, ne? Und wir gönnen uns mal ein paar Fackeln, dass wir jetzt ein bisschen was hell ist. So. Kisten. Die war leer, oder? Genau. Die bauen wir ab. Ich weiß gar nicht, ob Fackeln reichen für Wachstum bei Bäumen und Pflanzen. Ist das noch so? Oh, ich weiß es echt nicht. Ich platziere erstmal hier hin. Können wir nachher noch abbauen. So, hier Leute. Ich hätte eigentlich auch schnell die Ecke mal zumachen können, komplett. Dass das schon mal symmetrisch ist. Symmetrisch. Wieso? No. Okay. Rest in Peace, Fackel. Alle mal eine Rippfackel in den Chat. Also in den... In die Kommentare. Was wollte ich machen? Ich könnte mal ein paar Sachen weglegen. Obwohl, die Kiste wollte ich jetzt umstellen. Achso, wir haben verschiedene Kisten jetzt. Das ist doof. Da ist noch eine Planes-Chase. Dann gibt es drei von. Aber ein Ei. Ich glaube, wir sortieren... So. Dann hätte ich gerne einmal eine Werkbank hier. Ich werde die eine jetzt unten lassen, wenn ich die Abbau-Fälte eh runter. Dann baue ich mir mal ein zweites hier hin. So. Und wir bauen uns einen Ofen. Da ist ein Ofen, meine Freunde. Einfach die Blöcke so im Kreis anordnen mit einem Loch in der Mitte. Dann habt ihr einen Ofen für die Leute, die vielleicht Minecraft noch nicht so kennen. Ist das vielleicht auch mal interessant zu wissen. Wir smelten schon mal ein bisschen Eisen. Und wir stellen auf jeden Fall hier Fackeln hin. Weil hier habe ich echt keinen Bock drauf, dass wir Monsters bauen. So. Und hier eine in die Mitte. So. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Kann man lassen. Dann hauen wir jetzt erstmal... Da so Steine rein. Ich versuche schon so ein bisschen zu sortieren, wen es ein bisschen thematisch. So. Zwei Eisen. Und daraus bauen wir uns eine Schaufel, eine Schere. Das Doof ist natürlich, dass das Gras immer noch nicht so wirklich... Das ist doch ein bisschen gewachsen. Weil dann können die Schafsjoppel regenerieren. So. Genug Wolle für ein Bett auf jeden Fall. Ihr seht, die Tiere sind schon äußerst nützlich. So. Eier, Eier, Eier. Ein, zwei, drei Wolle. Jetzt können wir Teppich machen, können wir richtig dekadent leben. Ein Bett. Nice. So. Ah, Sweet Dreams. Klappt das? Nein. Okay, das ist verdächtig nah am Abgrund. Ich stelle es nochmal um. Mehr in die Mitte. Direkt, sondern kann die alles schön wachsen. Wir können weitermachen. Wir waren weiter unseren Blocken bearbeiten. Wir haben keine Schaufel mehr. Gönnen wir uns auch mal eine Steinschaufel. Aus Birkenholz machen wir Stickys. Und ich habe die Steine abgelegt. Ich trottel. Komme ich da dran? Nein, das ist die falsche Giste. Ich glaube, ich mache echt die Gänge zu, bevor ich da irgendwo runterfalle. Irgendwann. Die Gefahr ist mir dann doch zu groß. Das sieht zwar schön aus, so. Nehme mal die Hälfte mit. Wenn wir diese Kurven laufen, könnte... Das könnte mir vielleicht nicht liegen. Ach, ich wollte das Land sichern. Das war der Plan, ne? Komm, wir holen mal alles raus hier. Und sichern jetzt mal das Land ab. Gut, dass ich nicht vergesslich bin. Wir holen jetzt erstmal alles in die Kiste und sortieren später. Dich. Komm, 64, Alter. Können wir auch mal reintun. Die, die, die. Das ist halt das Inventar. Zäune. Machen wir dann wahrscheinlich auch. Weiße. Weiße. So. Dann kommen wir auch noch zwei Stöcke. Und dann brauchen wir Zäune. Wir haben noch ein paar Zäune, sehe ich gerade. Das ist gut. Und das Tore? Tore. Eins, zwei. Ich bräuchte drei Tore auf jeden Fall. Machen wir mal ein paar Stöcke. So, drei Tore. Und noch ein bisschen Zaun. Wie sieht's da aus mit Wachstum? Nicht so gut. Ach so, oder? Wir machen es direkt im Viereck. Ja, wir machen es nicht so in den Gang rein, ey. Wahrscheinlich mache ich alles zu. Ich guck mal. Bau das. So. Sind die eigentlich gleich lang? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, sind sie. Das ist doch ein Tor. Ich bin ein Held. So. So. Dann machen wir das da weg. So. Und das da. Und das da. Und. Das da. So. Gib mir die Zäune wieder, Leute. Und setzt das nachher dann auch mit Erde voll. Aber das machen wir nachher. Vier Zäune haben wir jetzt nur noch. So. Eins, zwei, drei. Vier. Okay. Bin noch nicht zufrieden, aber wir haben jetzt echt nicht mehr Holz. Im Moment, das ist doof. Keins auch so gerade noch. Schaufel bauen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier nur risk noch fun mäßig weiter puddeln. Eine Kiste. Kohle und Strings. Oh, Strings. Hm. Angeln vielleicht. Müssen wir mal gucken, wie der 1.15 das Angeln war, ob das noch so war wie immer. Dass man auch quasi durch da angeln könnte in dem einen Block. Angeln könnte natürlich viele gute Sachen bringen. Auch Treasures. Könnte eine gute Beschäftigung sein, um sich ein bisschen aufzuhalten. Wo ist der Fluchtweg? Ich mach den mal auf. Falls jetzt wirklich ein Creeper kommt, ich hab echt Angst vor dem Creeper. Geht noch ein bisschen weiter weg. Einsammeln. Wow, schon wieder ernsthaft. Ich leg's mal da hin. Jetzt, wenn der so pufft, hab ich Angst, dass irgendwas rauskommt. Hm. Okay, es war nicht ganz so schlimm wie... Oh, Mann. Ich befürchtet. Ihr seht, meine Angst ist nicht unberechtigt. Und der Creeper explodiert sofort. Okay, also merken. Wir müssen das hier dringend mehr absichern. Und ich muss schneller weglaufen. Hat er den Block jetzt weggebracht unten? Oh, danke. Nein, hat er nicht. Boah, das wäre ärgerlich gewesen. Und das ist ja erst Stufe 2. Was passiert, wenn wir auf Stufe 5 oder so sind? Was kommen denn da für Monster bitte da raus? 6 Creeper? Ich brauche dringend einen Bogen. Dafür könnte ich es übrigens gut sein. Für einen Bogen. Und immer mal wieder einsammeln. Wow. Stark, Marcel. So much skill. Okay, zum Beispiel so schlimm. Ich habe kein Schwert gebaut, ich weiß. Warum sollte ich auch zu machen, die ich sage. Das macht auch keinen Sinn. Ich brauche ein Schwert. Auch mal ein Eisenschwert? Ne, wir sparen erstmal Eisensteine schon. Steine schon solide, würde ich sagen. Schon die alten Ritter haben gewusst. Mit Steinschwertern, damit kann man ordentlich Zombies vermöbeln. Mal sammeln. Oh, mach ich mir echt Spaß auf den höheren Stufen für Monsters bauen. Das ist echt unvorstellbar, was da kommen soll. Muss. Stufe 2 schon Creeper? Das ist schon nicht ohne. Creeper sind halt echt doof in einem engen Raum hier. Haben wir eigentlich immer noch keinen Baum, okay? Haben wir nochmal? Belastend, da werden wir mal einen gefunden. Also, der ist, glaube ich, daraus geploppt, weil der das Kübel entdeckt gesprengt hat. Ja, weiter geht's. Pack mal ein bisschen rum. Nicht die Baum-Farm. Okay, ich muss dringend meine Behandlung von Creepern ein bisschen optimieren. Aber diesmal hat's besser geklappt. So, einsammeln. Es ist nicht so viel Verlust gegangen, glaube ich. War schwer, war zweit weg. Ich dauert die Axt wieder zum Kämpfen, nämlich Trottel. So, neue Bäume braucht das Land. Wir haben keine mehr. 100 Setzlinge. Oh, wir müssen aufpassen, wir haben keine größten Rückensetzlinge mehr im Moment. Ah, Underground-Chefs. Die heißen auch anders jetzt, weil sie ja aus dem Underground sind. Interessant. Da sind wieder Eier. Das war's. Mehr Eier sind hier nicht. Wir machen dann bald mal einen Eierwurf. Gucken, ob wir Glück haben. Aber ihr seht, die Zäune lohnt sich auf jeden Fall, wenn ich dann die Creeper dann so weghalten kann. Ich kann die Zauntour einfach zumachen, dann hätte ich auch kein Problem gehabt. Aber wenn ich in Panik bin, dann bin ich in Panik. Das ist impossible für mich, da dann sinnvoll zu reagieren. Kohle haben wir auch schon echt viel. So, was machen wir? Ein paar mehr Sticks. Wir brauchen nur noch Zäune. Zäune sind so. Brauche ich auch hier ein Ei. Bin ich schon extrem angespannt, muss ich sagen. Wie machen wir es hier? So. Ja, so kannst du machen, oder? Hab ich hier mal einen Ort zum Fliehen. In die Baum fahren quasi rein erstmal. Finde ich, glaube ich, ganz gut so. Lass mal so. Es wird schon wieder dunkler, das heißt, wir pennen gleich nochmal. Ich finde das gut, dass wir nächste jetzt wegpennen können. Dann ist das Wachstum der Bäume auch viel effektiver für uns. Oh, nachher kommen ja auch Nether und so Sachen. Kommt dann auch hier die Nether-Gegner spawnen. Boah, das wird der Böse. Gibt es ja auch ein paar fiese, so ein Gast oder so. Oh, das habe ich gesehen. Birke ist gut. Braucht man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr für unsere Zäune. Ist dir kein Bückensättchen untergefallen? Ist das dein Ernst? Hm. Finde ich nicht so gut. Finde ich nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Hm. Könnten uns ja eigentlich mal eine Eisenhacke gönnen, ne? Weil ich darf immer nicht mehr übersteigen. Ich habe noch nicht so viel Eisen, dass ich sagen kann, uh, die haben genug Eisen. Wir können uns jetzt gönnen, was wir wollen. Eisen und wir haben mal die halbe Kohle weg. Könnten noch ein paar Fackeln bauen. Wird schon wieder dunkel. Oh, ein Bückensättchen. Ich mache noch mal eine Bücke hin. Und die Möhren sind reif. Unsere ersten Möhren. Fünf. Wow. Ich habe die Erde gar nicht eingesetzt, ich trottel. Habe ich noch Slaps? Ich habe noch Slaps. Und ich habe noch Erde. Das sind die Felder, wo die dann überspringen können. Die Melonen und die Kürbisse. Ich weiß nicht, wofür ich Kürbisse brauche, aber es kann ja nicht schaden. So. Die Folge war schon definitiv genug Action. Oder was meint ihr? Okay. Weißt du was, wir machen da so eine Kurve hin? Und da auch. Aber wir machen es direkt zu, ganz ehrlich. Soll der geil sein als ein bisschen... Wir haben jetzt genug Planken erstmal. Dass man jetzt ein bisschen arbeiten kann. Ohne andere Angst zu haben, dass man keine Planken mehr hat. Okay, Bückensättchen ist auch gesaved. Noch ein Breiter. So. Ich hätte natürlich gerne mehr Fackeln. Komm, wir machen nochmal ein paar Fackeln. Schwubbeldiwupp. Und die Schere brauche ich ja momentan nicht, weil das Gras eh noch nicht da hingewachsen ist. Und dann hätte ich die gerne so gebaut, dass das so ist. Sieht ganz gut aus, oder? Könnt ihr gerne mal Kommentare da lassen, wie man eine Baukunst so findet. Baukunst on fleek, würde ich sagen. So, Respawn Point Set. Jetzt ist es wieder schön hell. Wir bauen noch ein bisschen den Block ab. Ich möchte gerne wissen, was noch so kommt. Können wir erstmal alles wieder umsortieren. So. Ich hätte gerne noch mal ein bisschen Eisen. Ich habe echt noch nicht viel gefunden. Wenn wir mal genug Baumotell haben, werden wir auf jeden Fall mal das Projekt Monster Farm angehen. Die werden wir dann da in die Richtung machen. Ohne Kiste. Pilze und Kohle. Ich muss sagen, ich bin ja schon extrem viel angespannter als vorher bei dem Block. Jetzt, wo ich weiß, dass da wirklich Monster und Creeper rauskommen. Vor allem Creeper natürlich. Ich hatte noch... Sorry, sorry. Das ist die falsche Richtung, Kuh. Ich habe aufs Instinkt direkt das Tier gehauen. Was frissen? Die fressen die Pilze? Bestimmt, oder? Komm mit. Frisst du Pilze? Komm mit. Es frisst keine Pilze. Oder es mag den Pilz nicht. Ich mag den Pilz nicht. Was frisst das? Minecraft Pro auf jeden Fall. Ich bin ein Minecraft Pro. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was die Mushroom frisst. Ob die auch Getreide frisst. Aber es sieht so komisch aus. Es frisst kein Getreide. Bestimmt nicht. Ich habe jetzt über keinen Plan, wie lange die Aufnahme schon läuft. Weil ich mitten drin angerufen wurde einmal. Hm, das ist natürlich schlecht. Ich sollte mir echt mal irgendwie einen Wecker stellen. Einen Timer. Einen Wecker. Ja. Geh da rein. Geh da rein. Dankeschön. Weiter geht's. Einsammeln. Weiter geht's. Weiter geht's. Ein Skelett wäre auch nicht schlecht. Also hat man noch keins besetzt. Man hat bis jetzt nur zwei Zombies und zwei Creeper. Skelett ist natürlich Asi, weil man schießen kann. Flintstone für Pfeile kriegen wir auch nicht obergrenzt. Das kommt nur aus Gravel. Und dann kriegt man noch irgendwie anders Feuersteine für Pfeile? Wir wollen mal... Ich würde gerne... Alter, macht mir nicht so viel Angst. Ich würde gerne mal wissen, aus welchen Blöcken die Gegner auskommen. Ob die aus irgendwelchen bestimmten Blöcken kommen oder ob das immer total random ist. Ich glaube, ich gucke mir die Aufnahme gleich nochmal an und gucke mal, woraus die kamen. Ruhe, schubsen. Schneller. Was macht ihr? Ihr sollt drinbleiben, ihr Idioten. Hallo, hallo, hallo. Ganz ehrlich, wir haben zwei. Ich glaube, ich töte die einen jetzt einfach. So. Oh, Leder. Sorry dafür, Kuh, aber... Ganz ehrlich, ich habe es keine Haffe, hier reinzuschubsen. Und was hat die Asi nur gelernt? Zwei reichen von allem. Um die ganze Art fortbestehen zu lassen. Okay, Gravel, 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 Gravel. Ah, eine Spinne hat auch schon, stimmt. Gib mir deinen Samen, also dein Spinnennetz. Keins gegeben. Oh, das ist nicht sehr nett. Oh, genau, mit dem Apfel erstmal hier das Holz aufbauen. So macht man richtig Minecraft. Ich will gar nicht aufhören, das ist das Problem. Wenn ich aufhören, müsste ich gleich beenden, damit es nicht zu lang wird. Das macht halt echt mega fun. Und vor allem ist es richtig spannend, weil man nicht weiß, was hier rauskommt aus den Blöcken. Und vor allem bin ich gespannt auf die Stufe 3, was das dann wird. Oh, eine Kiste. Federn. Stimmt, Federn brauchen wir auch. Für Pfeile. Aber hätten wir jetzt schon ein paar. Gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich muss mir ein paar Sachen wegbunkern, bevor die jetzt wegkommen. Ich sollte mir echt mal anfangen zu sortieren, sonst habe ich dann nachher Ärger. Ich habe keine Lust zu sortieren. Vielleicht mache ich das auch streamen. Ich denke mal, da werdet ihr mir nicht abstimmen. Also nicht sagen, nee, macht das nicht. Auch streamen. Oh, Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Sehr nice. Oh, schon wieder erschreckt. Das kann wieder sterben. So. Ich habe noch nicht Weizensamen gefunden. Das ist echt ätzend. Habt ihr eine Idee, woher ich Weizensamen kriegen kann sonst noch? Ich muss sagen, in den ersten drei Aufnahmen hatte ich immer Weizensamen auf den Kisten bekommen. Aber ich habe immer noch keine bekommen. Das ist echt doof. Gerade wenn es so schnell geht, da ist man natürlich... verleitet nicht so aufzupassen, weil man so schnell hacken kann. Aber Weizensamen wäre echt gut. Das Geräusch ist auch so befriedigend, wenn der Block wieder reinfällt. Spinnen sind easy. Spinnen sind easy. Spinnen sind easy. Okay, wir machen, bis der nächste Monster kommt. Dann machen wir Feierabend. Ich bin gespannt. Der nächste Mob, der kommt, beendet die Aufnahme quasi. Ein Zombie! Okay, ich würde sagen, was reicht denn für heute? Wir gucken mal kurz bei der Farm. Muss ich das auch holen? Also zu Farmland machen oder wächst das so? Ich weiß es gar nicht. Ansonsten tut sich noch nicht viel. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei der Folge. Denkt an meine Fragen. Woher kriege ich Samen, Weizensamen? Das wäre echt gut zu wissen, ob ihr da eine Idee habt. Ich habe irgendwann keinen Plan. Außer aus den Kisten halt. Die bräuchten wir halt, um die Kühe zu vermehren. Und ich muss auch gucken, was die Muschums fressen. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet euch viel Spaß bei der Aufnahme. Mir hat es wieder mega Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme, die ich vielleicht dann direkt hier nachmachen werde. Damit ich dann die zwei Formen pro Woche beibehalten kann. Und ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann, ciao, euer Marcel.